Und das wird gleich super spannend werden, wer auch dann nach L.A. reist zum World Finals. Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei mir, Caro und Summoners War, versprochenes, hallo Cam, hallo, versprochenes kurzes Video. Ich habe im Stream versprochen, dass ich meine Leitendag-Skroll, die man ja alle 24 Tage for free von Come to Us bekommt. Und natürlich auch eine Wasser-Skroll habe ich glaube noch und eine Storm-Beschwörung und ja, ich glaube, das war es auch schon. Und die Belagerungstruhe, wir werden zusammen eine Truhe aussuchen und die Truhe zusammen öffnen und mal gucken, ob wir eine cool Truhe haben oder ob wir wieder so eine Food-Crab-Truhe haben. Zudem sage ich euch natürlich auch in diesem Video, wann ihr am 25.11. zu sein habt, ja, um das L.A. Turnier zu gucken. Also nur wenn ihr Bock habt, ist klar und lange wach seid. Ja, das ist alles in diesem Video. Als erstes kommen wir natürlich zu unserem Belagerungskampf, zu unserer Truhe, zu unserer Belohnung und ich bin gespannt. Ja, ich habe 370 Genpunkte, nicht gerade viel und 222 Kristalle. Bin ich echt zufrieden, dass es ordentlich bekommen. Finde ich auf jeden Fall sehr nice und wir können uns jetzt was aussuchen. Es sind allerdings nur noch drei über. Und ich glaube, es sind auch alle, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Truhen. Ich weiß nicht, ob es immer sechs Truhen sind, aber ich glaube, wir ziehen bestimmt den witzenden Crab. Bestimmt wieder Übelster. Übelster, was ist das? Totaler Crab. Wir gucken uns natürlich auch an, was die anderen in ihren Truhen gehabt haben. What is this? Das ist ja totaler Bullshit. Oh no. Oh je. Okay, was haben denn die anderen hier drin gehabt? Oh, das ist eine Energy-Rune, auch eine schöne. Okay. Wir müssen natürlich gucken, was hier... Vielleicht hat ja jemand richtig was Cooles drin gehabt. Hier ist eine Wasserscroll. Oh, Pieces. Und eine Feuerscroll. Was ist das für... Ja, nee. Crabby Crab. Ja, auch nur. Und hier unten, ja, der ganz normale Crab halt, was halt hier so teilweise drin ist. Äh, vielleicht haben die anderen ja noch Glück, hier mit der linken und mit der rechten. Mal gucken. Aber wir haben wieder kein Glück gehabt. Keine Scroll, gar nix. Gar nix. Überhaupt nix. Ach, schade, schade, schade. Aber egal. Kann man nicht ändern. Haben wir hier vielleicht noch was drin? Nee, ich hab eigentlich gerade schon reingeguckt. Dann wären wir halt nur unsere... Huuu. Light-index-Scroll. Eine Wasser, eine Wind und eine Stone-Beschwörung. Das kann nur Glück bringen. Wir haben von jedem eins... Okay, von mystischem nicht und so. Wie gesagt, ich hab's versprochen im Stream. Deswegen mach ich das natürlich hier. Wenn ich was verspreche, dann mach ich das auch. Und ja, fangen wir an mit der Wind-Scroll. Ja. Geile Sache. Ein Ex-Mann. Wollte ich schon immer haben. Wasser-Scroll. No-Lightning. Oh, wollte ich auch schon immer haben. Immer. Okay. Das ist die Pra. Pra, come on. Pra, pra. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you. Oh mein Gott. Nein. Was ist... Ich bin der absolute Oberlacker, oder? Ich bin der absolute Oberlacker. Nein. Das Spiel will mich einfach nur trollen. Das will mich nur trollen. Ich wollte schon fast ins Bett gehen, deswegen seh ich auch so fertig aus. Jetzt muss ich leveln. Prä. Mir ist egal, was in dieser Light-Dark-Scroll rauskommt. What the hell? What? Ja, danke für den Golem. What the f... Mal wieder. Ey, oh, ne Mist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das Video. Vergess es einfach. Vergess es. Was ist das? Es ist so... Das ist... Das ist... Wir müssen... Oh Gott. Magie-Essenzen-Form. Oh Gott. Wie lange habe ich das nicht mehr gemacht? Prä. 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 Oh mein Gott. Ihr wisst gar nicht, warum ich mich nicht so einbekomme. Ganz im Ernst. Wer denkt denn bitte an so eine Stone-Beschwörung? An eine gottverdammte Beschwörung. Und dann zack. Und ich nehme das auch noch auf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Caro bekommt dich wieder ein. Okay. Wir kommen natürlich hier zum Highlight am 25.11. Okay. Mit zum Highlight. Okay. Ich spriere jetzt das Highlight. Okay. Am 25.11. um 21 Uhr auf Robbis Kanal. Soweit ich weiß. Ja. Ich habe heute nochmal Comtoas gefragt. Wann beginnt denn dieses Turnier? Ja. Die Leute warten schon auf eine Zeit. Auf eine feste Zeit. Wann beginnt das? Ja. Um 21 Uhr bei uns. Unsere Zeit. Bei LA, so in Los Angeles ist es glaube ich 12 Uhr. Und bei uns beginnt es um 21 Uhr. Das nur die Info für euch. Auch auf Robbis Kanal. Falls irgendwelche Änderungen, was auch immer. Comtoas, wer weiß. Keine Ahnung. Vielleicht noch irgendwelche Änderungen kommen. Werde ich es euch natürlich mitteilen. Oh. Ich sehe so plass aus. Oh mein Gott. Ich habe Prag. Oh mein Gott. Sorry. Falls irgendwelche Änderungen kommen, werde ich es euch natürlich am Samstag Mittag circa beziehungsweise nach dem Mittag natürlich posten. Zudem natürlich bin ich selber natürlich mit Jack auf, also mit Jack auf dem Stream auf Twitch. Falls ihr dabei sein wollt, um 17 Uhr. Unten in der Videobeschreibung befindet sich der Link von JackDipPod, seinem Twitch Kanal. Da werden wir zusammen auf jeden Fall streamen. Wir werden auch ein kleines Turnier austragen. Das ist ein Frohe Weihnachtsturnier, das ist die Vorrunden sozusagen. Wer da Bock hat, daran teilzunehmen, einfach da im Stream sein. Ihr könnt dann auch am 26.12. etwas gewinnen. Beziehungsweise es gibt drei Preise oder so. Drei, vier Preise. Also falls ihr Bock habt, mit an so einem kleinen Turnier mitzumachen. Wie gesagt, nur ein Jolo-Turnier. So ein Spaß-Turnier. Dann einfach da am 25.11. um 17 Uhr da sein. Ansonsten bei Robber auf dem Kanal um 21 Uhr das Summer's War Championship 2017 angucken. Und ich werde es mir natürlich auch angucken. Ich habe schon Popcorn gekauft. Und ja, ich danke euch fürs Zugucken. Praha, I love it. Das ist... Ich kann dazu nichts mehr sagen. Danke fürs Zugucken. Haut rein. Auf viel Spaß. Tschüss. 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 Tschüss.